Ja ciao liebe Langnau Fans und Spieler. Hey Hammer was mit eurer Unterstützung alles ist abgegangen bei meinem Projekt auf I believe in you. Merci viel, viel mal. Ich bin sehr dankbar für das, was ihr gemacht habt. Und ich schwitze da unten weiter in Spanien und probiere mich super vorzubereiten für mein Ziel im Moto2 zu fahren und natürlich ganz toberst auf dem Treppchen zu stehen. Merci viel mal noch einmal und ich sage Hopp Langnau.